Und versammelst wieder. Du sagst, kannst du mal die Hälfte, dass du mal zwei, drei Sprünge auf der Stelle galoppieren kannst. Auf der Stelle galoppieren wollen und loslassen und loslassen. So, so, jawohl. Und Schritt. Weiß nicht, ob man es jetzt gesehen hat, das machen wir vielleicht gleich nochmal. Als er anfing, sich mehr zu setzen, hatte sie auch weniger in der Hand. Amen.